Na genau. So, was macht noch Max? Max, was frisst denn du? Hatte ich irgendwas wichtiges zu fressen? Vielen Dank! Ich habe Angst, dass der mir irgendwas schönes wegfrisst. Max, du musst mal herkommen, du hast Spenden bekommen. Na ja. Was frisst denn du? Dosenhagen, ja. Dosenhagen. Junge, sei vorsichtig, nicht, dass du so endest wie der Hektor. Aber nicht bei Gemüse. Ja, deswegen habe ich das so heimisch gefressen. Aber du dummer Wichser. Deswegen wolltest du nicht herkommen. Junge, da lassen wir wenigstens Gemüse. Ja, ich habe das gute Gemüse. Ausgerechnet das einzig wertvolle. Das einzig essbare im Hause. Das Problem ist, ich kann mir keine Pizza liefern lassen. Deswegen muss ich irgendwas fressen, sonst verrecke ich. Junge, Junge. Frisst du hier mal mein Gemüse weg? Das ist doch so. Ich hasse dich. Mann, Alter. Das hättest du ruhig morgen fressen, du Penner. Ich habe nichts anderes. Na gut, okay. Ich habe nichts anderes. Ich komme zu Besuch. Ich habe hier nichts anderes. Weißt du? Ich wollte extra heimlich essen. Nee, ich erstelle mir ein Tresor, wo ich das alles verhungert. Ihr Schweine, weil das nicht auf die Reihe geschissen bekommt, hier was eigenes mit zu trinken. Meine Güte. Ihr frisst ja mein Gemüse weg. Bitte ladet das hoch, das extra Video bitte. Oh Mann, Alter. PSN-Name, okay. Ich zartes Nielpferd. Jetzt guckt man hier in den Chat. Und da will ich morgen mindestens 400 Anfragen sehen bei PSN. Dann kann ich endlich sagen, ich bin voll und dann muss ich nie wieder hier was annehmen. Ein Fortschrücker Statement zu dieser Mahlzeit. Alter. Nee, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr aufregen. Die Leute im Block, die will... Was ist hier los? So. Ja, Mixer. Frisst ja mein Gemüse. Fütter mich jetzt mal mit dem scheiß Möhren. Ich bin der Scheiß, Möhren. Ey Juni, die Tänthen Winst, ey. Wir sind jetzt da drin. Du schickst mir wieder so ein. Kein Tier, bitte? Und ja, du siehst jetzt den Tisch. Ich will aber auch, dass du sitzt. Ich bin der, dich mal zurück. Ah, gut, eine gibt's noch. Alles krank.